Chef, die 5S-Aktion läuft total supi. Wir haben jetzt auf jedem Schreibtisch einen Stellplatz für einen Locher markiert. Und jeder Locher hat jetzt auch eine eindeutige Bezeichnung. Meiner heißt Waldemar, der von Marion heißt Misting. Okay, vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal über ein paar Punkte im Rahmen von 5S sprechen, die oft missverstanden und deswegen ins Absurde übertrieben werden. Und warum gerade viele 5S-Projekte aus diesem Grund von der Belegschaft abgelehnt werden und damit natürlich auch scheitern. Schauen wir uns den Punkt standardisieren und ein paar andere ausgewählte Punkte aus den 5S mal genauer an. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. 5S ist ganz oft die erste Methode, mit der man im Rahmen von Lean Management in Berührung kommt. Sozusagen die Türe, mit der die Berater sprichwörtlich ins Haus fallen. Gestatten Sie mir dabei eine Vorbemerkung. Bei 5S geht es eben nicht darum, mehr Effizienz der Mitarbeiter zu heben. Es geht nicht darum, dass man weniger Suchzeiten hat, wenn alles schön aufgeräumt ist. Das mag ein positiver Nebeneffekt eines gut eingerichteten Arbeitsplatzes sein, aber es ist nicht der Kerngedanke von 5S. Es geht bei 5S darum, jeden einzelnen Mitarbeiter zu befähigen, sein Handwerkszeug perfekt in den Griff zu bekommen. Es geht also um die Befähigung, um Empowerment, wie es in Ordnung heißt, der Mitarbeiter und nicht um die Effizienz der Mitarbeiter. Es geht darum, jeden einzelnen zu befähigen, bewusst entscheiden zu können, was man für seine Arbeit benötigt und was man eben auch nicht benötigt. Es geht außerdem um die Fähigkeit, auf einen Blick zu erkennen, ob alles das, die ganzen Dinge, die man benötigt, vorhanden sind und vor allem in einem ordnungsgemäßen Zustand sind, damit man gute Arbeit leisten kann. Das kann man eben als Mitarbeiter nur dann erkennen und entscheiden, wenn man wirklich auch weiß, was überhaupt die Anforderungen sind und was man für wen eigentlich macht. Denn wenn Sie Ihren Prozess nicht kennen und die Anforderungen an den Prozess unbekannt sind, dann haben Sie auch nicht das notwendige Wissen, um zu entscheiden, was brauche ich eigentlich dafür, um genau das zu leisten. Ein Beispiel, damit klarer wird, was ich damit meine. Wenn Sie ein Maschinenführer an einer Stanze sind, dann ist klar, dass Sie wissen müssen, was zu stanzen ist. Das sind die Aufträge. Das richtige Material muss bereitstehen und mit dem Nachfolger, also Ihrem Prozesskunden, muss geklärt sein, ob die Stanzteile hier bei Ihnen abgeholt werden an der Stanze oder ob Sie die Stanzteile an die nächste Bearbeitungsstation hinbringen müssen. Und wenn das nicht geklärt ist, gibt es halt Missverständnisse. Das ist der eine Teil. Aber oft wird eben auch vergessen, dass eine betriebsbereite, und das bedeutet geschmierte und gereinigte Maschine, an Ihren Kollegen in der Vollgeschicht übergeben werden muss. Dazu braucht es natürlich auch das richtige Schmiermittel und die richtigen Reinigungsutensilien. Und wenn Ihnen dieser zweite Teil, diese Maschinenübergabe, nicht aktiv bewusst ist, und was die Anforderung an eine korrekt übergebene Maschine ist, dann können Sie auch nicht wirklich entscheiden, welche Schmier- und Reinigungsmittel Sie wo an der Maschine brauchen. Braucht man da vielleicht Druckluft oder braucht man einen speziellen Besen oder braucht man eine Presse mit Fett oder was braucht man eigentlich dann dafür, damit die Maschine eben ordnungsgemäß übergeben werden kann. Und dann liegt das ganze Zeug halt irgendwo rum, aber nicht griffbereit an Ihrer Maschine. Und deshalb muss der Mitarbeiter oder besser eigentlich das ganze Team, bevor es überhaupt mit 5S anfängt, mit dem nachgelagerten Bereich sprechen und klären, was es wie eigentlich machen soll, damit der Output des Prozesses, des Arbeitsschrittes vom internen oder externen Kunden ohne Beanstandung abgenommen wird. Man muss sich also aktiv Gedanken machen, was eigentlich der Output des eigenen Handelns ist und an wen er übergeben wird. Vollständig, jede Art von Output. Und was davon für den Nachfolger überhaupt von Wert ist, was Sie da liefern und was er vielleicht auch nicht will oder auch nicht braucht. Wenn Sie an eine Büroumgebung denken zum Beispiel, wie oft werden da Berichte erstellt und irgendwo hingeschickt, die danach keiner mehr liest. Dieser Bericht hat für den Adressaten offensichtlich keinen Wert. In den allermeisten Fällen gibt es nämlich einen ganz offensichtlichen Output. In meinem Beispiel die Stanzteile. Das war völlig klar. Es gibt aber auch oft einen versteckten, einen unbewussten Output und der ist herauszuholen und zu klären. In meinem Beispiel an der Maschine war das eben die übergebene Maschine, die ordnungsgemäß funktioniert, an die Kollegen in der Vollgeschichte. Also ohne diese Klärung können Sie nicht sinnvoll entscheiden, was Sie wirklich brauchen und was nicht. Das ist der erste wichtige Punkt. Sortieren oder aussortieren aus dem 5S setzt eine zwingende Beschäftigung mit dem eigenen Prozess, mit der eigenen Aufgabe und dem eigenen Handeln voraus, sowie eben die Klärung der Leistungsübergabe. Wenn Sie das nicht klären, können Sie den ersten Schritt aussortieren von 5S nicht wirklich sinnvoll durchführen. Der zweite Schritt bei 5S ist das Ordnen der Dinge, die wir für unsere Arbeit eben benötigen. Also nur der Dinge, die den ersten Schritt sozusagen überstanden haben. Ordnen bedeutet, die Dinge, die wir für unsere Arbeit benötigen, bekommen einen Namen, einen Platz, einen idealen Zustand. Ah, und jetzt merken Sie schon den berühmt-berüchtigten Stellplatz für den Locher Waldemar. Und genau hier gibt es eben die berechtigten Debatten mit den Mitarbeitern, warum man eben alles beschriften und markieren sollte. Man ist ja kein Kleinkind und man ist auch nicht dämlich und man weiß, wie die Dinge heißen und man weiß auch normalerweise, wo sie ungefähr zu finden sind. Darum geht es auch nicht wirklich. Es geht darum, die Dinge, die man durchdacht hat, die man braucht für seine Arbeit, die man ordnen möchte, die man zur Hand braucht, zu markieren und um zu unterscheiden und auf den ersten Blick zu sehen, was man bereits im Griff hat und worüber man schon bereits nachgedacht hat und was noch vielleicht fehlt. Deswegen markiert man eben die entsprechenden Arbeitsmittel. Verirrt sich dann ein solches unmarkiertes Ding irgendwo hin oder fehlt irgendetwas, dann ist das sofort ein Zeichen, dass man dieses Ding und diesen Schritt noch nicht durchdacht oder im Griff hat. Wenn Sie eine Schublade an einer Werkbank öffnen und die Schraubenschlüssel wild durcheinander purzeln, dann haben Sie das noch nicht im Griff. Sie sehen auch im Zweifel nicht auf den ersten Blick, ob eben gerade der 13er Schlüssel fehlt, weil sich vielleicht der Kollege ausgeborgt hat oder ob er noch vielleicht irgendwo in der Schublade drin liegt, nur eben ganz hinten reingerutscht ist. Dinge, die man auf den ersten Blick sieht, hat man viel leichter im Griff, als wenn man sich erst mühsam einen Überblick verschaffen muss. Und darum spielt auch das visuelle Management im Lean so eine wichtige Rolle. Etwas auf den ersten Blick sehen und erfassen, ob es gut oder in Ordnung ist, das ist der ganz zentrale Punkt mit im Lean-Management. Zurück zu unserem Locher Waldemar. Im farbigen Klebeband einen Stellplatz für Waldemar auf dem Schreibtisch zu markieren, macht natürlich relativ wenig Sinn und ist teilweise einfach absurd. Speziell, wenn es eben kein Großraumbüro mit Desk-Sharing ist, wo jeden Morgen vielleicht ein anderer Mitarbeiter an dem Schreibtisch sitzt, sondern weil in seinem klassischen Zweierbüro immer am gleichen Schreibtisch ist. Aber dem Locher mit der Zimmernummer zu beschriften, wo er eigentlich hingehört, wenn sich einer ein Kollege ausgeliehen hat und vergisst, den vielleicht zurückzubringen, macht dann vielleicht schon ein bisschen mehr Sinn, oder? Kommen wir mal damit zum dritten Punkt, dem Säubern und dem Reinigen. Dabei geht es eigentlich weniger um die Reinigung selbst. Sie dürfen sich nicht vorstellen, wie jetzt die betriebsinterne Putzkolonne, das alles schön glänzt und prima ist für die Geschäftsführung. Nein, es geht vielmehr um die tägliche Inspektion, ob das Werkzeug, also das Material, in Ordnung ist oder ob es schadhaft ist. Dazu auch ein Beispiel. In einem von mir betreuten Unternehmen gab es immer wieder Probleme mit den Kleinmaschinen. Es war also ein Handwerksbetrieb mit doch einigen Mitarbeitern und es gab immer wieder Schwierigkeiten mit Kleinmaschinen. Wir haben also im Rahmen einer 5S-Aktion eingeführt, dass die Kleinmaschinen am Morgen an die Monteure ausgegeben werden und dass auch in der EDV gebucht wird, welche Maschine ist bei welchem Mitarbeiter. Am Abend kamen die Maschinen zurück und wurden wieder im Lagerraum eingebucht und wir haben auch für jede Maschine in dem Lagerraum entsprechend einen Regalplatz beschriftet, haben auch ein Bild dazu gemacht, welche Maschine, welcher Koffer ist genau in welchem Fach und somit war jederzeit klar, wo und bei wem welche Maschine war oder wo welche Maschine möglicherweise auch fehlt. Daneben haben wir aber auch eingeführt, dass nach der Rückgabe der Maschine der Mitarbeiter im Lagerraum einen Funktionstest durchführt. Wir haben also einen Schreibtisch aufgebaut, da gab es sowohl Strom, ordentliche Beleuchtung, Druckluft und Ähnliches und die Maschine wurde dort eine Funktionsprüfung durchgeführt und sie wurde auch gereinigt und der Monteur ist gefragt worden, ob es im Laufe der Maschine irgendwelche Probleme mit der Maschine gab. Die Reinigung war also gleichzeitig auch Inspektion und das Ergebnis war, dass sich alle Monteure darauf verlassen konnten, dass am Morgen die ausgegebene Maschine absolut funktionstüchtig war, dass die Akkus geladen waren und dass alles Zubehör, was mit dabei war, von Trennscheiben über Sägeblätter oder sonst irgendwas, wirklich auch in einem einwandfreien Zustand war. Und die Ausfallzeiten durch Probleme mit den Kleinmaschinen haben sich damit schlagartig auf nahezu Null verändert. Die Monteure konnten sich wirklich beim Arbeiten auf die Arbeit am Kunden konzentrieren und mussten sich keinen Kopf mehr drum machen, um die Kleinmaschinen, ob es der Bohrer stumpf ist oder sonst irgendwas, das Zeug war einfach in Ordnung. Und der Mehraufwand durch diese Art von Kleinmaschinenverwaltung mit Reinigung und Inspektion hat sich innerhalb von kürzester Zeit bezahlt gemacht, weil eben die entsprechenden Monteure vom Dach nicht mehr runter mussten und sich dann eben Ersatzteile beschaffen oder anderes Zubehör. Was ich mit meinen Ausführungen dabei so wichtig ist und was ich Ihnen da auf jeden Fall mitgeben möchte. Es geht bei 5S nicht ums Aufräumen und schon gar nicht um Stellplätze für den Locher Waldemar, sondern es geht darum, die Dinge in den Griff zu bekommen und die Mitarbeiter anzuregen, sich über ihre Arbeit Gedanken zu machen. Und diese Perspektive trifft ja auch auf viel, viel mehr Verständnis und auch eine viel höhere Akzeptanz als wir räumen jetzt mal deinen Arbeitsplatz auf. Das ist genauso beliebt, wie wenn ich jetzt zu meiner pubertierenden Tochter sage, wir räumen jetzt mal dein Zimmer auf. Wie sehen Sie das jetzt? Können Sie vielleicht bei meinen Ausführungen mitgehen oder haben Sie dazu vielleicht eine ganz, ganz andere Meinung? Wie kam 5S bisher in Ihrem Unternehmen an, falls Sie es schon mal vielleicht ausprobiert haben? Schreiben Sie mir dazu gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion. Und in diesem Sinne bedanke mich für Ihre Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.